Nightly Recharge Nightly Recharge Erholungsanalyse zeigt dir, wie gut sich dein Körper in der Nacht vom körperlichen und mentalen Stress erholen konnte. Du siehst deinen Nightly Recharge Status nach drei Nächten. Wische nach links oder rechts, um die Nightly Recharge Ansicht zu sehen. Tippe auf ANS-Status oder Schlafstatus, um deine Scores zu sehen. Für mehr Informationen tippe auf ANS-Status oder Schlafstatus. Der ANS-Status zeigt dir, Graph-ANS-Status, ANS-Status minus 10 bis plus 10, ANS-Status Feedback, Pulsfrequenz in BPM, Schlag-zu-Schlagintervall, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz in Atemzüge pro Minute. Der Schlafstatus zeigt dir, Schlafstatus Score, Schlafstatus, Schlafdauer, Tatsächlicher Schlaf, Kontinuität, Lange Unterbrechungen, Schlafphasen, REM-Schlaf, Tiefschlaf und Leichtschlaf. Sieh dir deine Nightly Recharge Analyse an und vergleiche die Details unterschiedlicher Nächte in der Polar Flow App. Tiefschlaf 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 Tiefschlaf